ja liebe leute willkommen zurück zu call of duty goals multiplayer wir zogen jetzt weiter immer noch team des mensch zu wie beim letzten mal schauen wir mal was auf dieser map geht auf tremor welche war das noch mal war das die stadt wo in der mitte so ein kleiner hof ist oder so was die map oder welche map war das ich weiß gar nicht mehr ich hoffe die ist nicht wieder so groß oder man sieht wenigstens mal ein bisschen mehr leute schön öfters sterbe ja das war die map kann ich auch mal zeigen die waffen aber bei allen waffen außer der vektor dieses visier drauf gemacht weil es eigentlich richtig geil ist du siehst die leute auch wenn sie sich verstecken natürlich nicht durch fette wände hindurch aber sehr sehr geil und ich glaube das hier ist sogar das tollste sturmgewehr ich bin mir gar nicht sicher ich hab's mir einfach gekauft einfach mal gegönnt wo schon mal ein kill der shit wie schnell sterbe ich denn immer bei denen ich hau da rein ohne ende ich fall um wie so eine kleine scheißhausfliege der hat keine chance der ist geil geile sache alter schön dass sie sich da aufgestellt und ich jetzt gestorben bin ich hoffe mein hund lebt noch oder ja klar den hat es jetzt nicht erwischt das wurde getötet ok es hat ja nicht yes alter was machen die denn da oben drinnen gibt es doch gar nicht verbündete satcom aktiv da war doch einer gerade oder wir haben die satcom zerstört ja ruhig bleiben kleiner ruhig bleiben ruhig bleiben verbündete satcom aktiv liegt da mir einer ich weiß nicht ziel erledigt die holen wir uns die schweine hängen ja immer noch hin die haben wir 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 nein die hängen ja nur hier hinten ab leute kommt hier her hier sind sie doch hier sind sie doch wo war der denn jetzt ach da auf dem dach shit hat die figur auch gesagt hier ist sicher 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 da habe ich auch super verbündete satcom aktiv wo ist die hier ist ja hier ist in ne tan mal die hunde die hunde halten so viel aus scheiße man halt er hat mich nicht tot gemessen perfekt gesissen und noch einen das ist eine richtig gute Runde, was ist denn los hier? für meine Felder sind natürlich so klar Puh Komm mit kleiner Little Dog Wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Wach uns getötet Fremd ist die Rakete verdönt auf War der hinter mir? Gelegene Führung Ich glaube ich habe die nur einmal eingesetzt Als ich die mal in der Kiste gefunden habe Oder bekommen habe besser gesagt Kommt doch da Kommt er jetzt hier rüber? Nein, den hättest du haben können Den hättest du haben können Scheiße, Mann Zack, stirb Wie übel geschossen von mir Schütte Wir gewinnen diesen Kampf Sattcom bereit Feindliche Sattcom gesichtet Sattcom Verbindung aktiv Nein, und wieder von hinten Ich habe es fast geahnt Mann Wir haben die Führung verloren Und wieder von hinten Ach Mann, Alter Das ist doch krass Ist doch nicht mal normal Dass du so oft von hinten abgeschossen wirst Bei dem Spiel Wir liegen in Führung Das ist nicht mehr feierlich, ja Wo ist er denn da hinten? Hat er den jetzt erwischt oder nicht? Keine Ahnung, oder? Schütze im Parkhaus Verstecken Was ist denn das Parkhaus, ey? Ein kurzer Moment nicht zur Tür geschaut Und zack, bin ich tot Lade nach! Haben wir es? Wir haben es, jungen Gewonnen Mit eines meiner besten Spiele bisher Oh mein Gott! Wuh! Ich war mal positiv Nicht schlecht Na gut Leute Würde ich auch jetzt hier mal sagen Das war's für die Folge Ich bedanke mich fürs Zusehen Und bis zum nächsten Mal Tschüss! 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 Danke!